Um diesen Pokal wird es am 3. und am 4. September gehen, in der Oberfrankenhalle beim Expert Jakob Cup 2022. Wir haben gesagt, wir werden die Partien in diesem Jahr auslosen und natürlich brauchen wir da jemanden, der das für uns tut. Und wer würde sich da besser eignen als der Chef, höchstpersönlich? Hallo Herr Jakob. Freut mich. Vier Mannschaften haben wir im Topf. Vier. Die Nights, die Hamburg Towers, Medi Bayerl natürlich und Rose Bamberg. Und ja, jetzt die große Aufgabe für Sie, die beiden Partien, die beiden Halbfinals zu ziehen. Das erste, das ist gleich runtergefallen. Wen haben wir als erstes? Chemnitz, oder? Nein, das sind Alcorner und die Hamburg Towers. Und jetzt den Gegner. Und jetzt Bayern. Bayern München ist nicht drin. Was würden Sie sich wünschen? Borussia oder Bayreuth. Borussia oder Bayreuth? Dann schauen wir mal, wen wir den Hamburgern zulosen. Ich hoffe, ich schmeiße es nicht wieder runter. Ich gebe es Ihnen mal. Ich mache es auf. Die Hamburg Towers treffen im ersten Halbfinale auf. Ui! Das ist ein Knaller. Auf Medi Bayreuth. Zubalcorner gegen Lars Marcel. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt wird es nicht mehr zu schwierig sein, wer da gegen wen spielt. Heimrecht ist ja eigentlich auch. Bitteschön. Ich drücke mal. Wen haben wir diesmal? Ich hoffe mal, das alles passt dann natürlich. Die Niners Chemnitz. Na, und jetzt ist es ja klar. Wer bleibt übrig? Passt die rote Kugel, oder? Müsste? Bamberg. Rose Bamberg sein. Schauen wir mal, ob wir die Lohuskugeln richtig bespricht haben. Bayreuth gegen Borussia. So ist es. Also, wir haben einmal Chemnitz gegen Bamberg und Bayreuth gegen Hamburg. 3. und 4. September in der Oberfrankenhalle. Expert Jakob Kapp 22. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen beim Spiel. Herzlichen Dank.